hi leute herzlich willkommen zu einer neuen folge titanfall 2 so wir haben ich habe leider die letzte aufnahme zerschossen so jetzt schauen wir doch noch mal ich habe leider die aufnahme zerschossen und muss sagen jetzt schauen wir mal wie es hier ob das jetzt hinhaut alles wir setzen mal fort da wo ich vorher aufgehört hatte und hoffen mal dass jetzt alles hinhaut so würde ich sagen auf geht's ich habe schon hier keine munition leute hier noch irgendwas rum was rum ich habe respawnen. So, Relsa. Sound sieht alles gut aus, musste passen. Das erste Mal üben, dass ich hier mit OBS so richtig springt und nebenbei das letzte Play aufnehme. Dimo, ich müsste aber eigentlich schon auf Deutsch wieder umgestellt haben. Dann probiert es mal nochmal bitte aus. So, wo geht's denn weiter? Zeigt er mir irgendwo was an? Ich schätze mal eher in die Richtung. Ja, jetzt geht's. So, wo geht's? Ich schwirr mal hier drauf. Pilot, ich werde durch einen Bereich gebracht, in dem Fertigelemente gelagert werden. Wir sind nicht weit weg. Gehen Sie weiter. Oh, ich hätte noch nicht die Hände umstellen müssen. Was zum Teufel bauen wir hier, BT? Unbekannt, aber ich bezweifle, dass die IMC Häuser fertig. Die zerstört sie für gewöhnlich nur. den scheiß Spindel wieder ja aber es müsste jetzt wieder auf deutsch gehen oder ich habe es eigentlich auf deutsch wieder eingestellt ich schaue noch mal schnell deutsch ist auf jeden fall drin Alter diese scheiß Spinnviecher okay das war noch geben wir ein bisschen entdeckung hier hier haben wir jetzt hier kein spawn fangt das von den fischern die movie ist die stream qualität auch synchron alles vom reden und spielen und keine ahnung und sound und alles da nein Wo ist denn jetzt hier hin? Egal. Uah! Okay, das war wieder mehr Glück als Verstand. Alter, voll in die Fresse geschossen. Alter, voll in die Fresse. Alter, voll in die Fresse. Geht aus. Alter, voll in die Fresse. 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 Alter. Ich bin weg! Okay, der eine dann mit dem blöden Schild da noch. Ich bin wirklich nicht so schlecht, oder? Ich bin wirklich nicht so schlecht, oder? Ich bin wirklich nicht so schlecht, oder? Boah, Alter! Boah! Die scheiß Spinnviecher! Das sind wirklich die ekligsten Gegner hier. DDI? Negativ. Ganz richtig Kontakt. Das ist ein Schild. 8 Red Zett. Untertitelung. BR 2018 Pilot, Pilot. Geht es Ihnen gut? Geht so. Was für ein Fleischwolf. Bist du okay? Unbeschädigt. Allerdings bezweifle ich, dass dies eine Schlachtfabrik ist. Bei meinem Glück stirbt sich der Laden gleich von innen nach außen. Oder von oben nach unten, wenn man die Umstände bedingt. Wo geht denn überhaupt hin hier? Ich sehe Sie, Pilot. Ihre Beharrlichkeit ist bewundern zu Ihnen. Ich wünschte, die ISC-Infatterie wäre genauso entschlossen. Es geht an einen Aushalt, Pilot. Nach oben. Pilot, laut meiner Scans ist die Kuppel über Ihnen ihre beste Chance, einen Ausgang zu finden. Ich rate dringend dazu, dorthin vorzustoßen. Ich rate dringend dazu, dass ich denn da hochkomme, Mädchen. Oh mein Gott. Da oben muss ich rennen, oder was? Okay. 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 Ja, ich bin ja schon dabei. Ich verspreche Ihnen nicht, weil ich Sie nicht einfach ist. Sie haben ein Wort. Nein! Nein! Oh, Alter. So, ich muss jetzt irgendwie da oben drauf. Warte mal, da hinten ist ein Helm. Hören wir ihn schon noch. Okay, dann ist er irgendwie wieder unter. Okay, ich höre mal, dass ich richtig bin. Okay, schaut gut aus. Guck es. Na, das wundert mich auch. Beide gibt es für Sie nur einen Ausweg. Dreht Sie auf eine der beleglichen Plattformen. Dreht Sie auf eine der beleglichen Plattformen. Buh! Ab hier übernehme ich. Ich habe keinen Plan, was ich machen muss. Ich muss den mitnehmen. Geht, wenn der kann irgendwas aufkraut. ...Szenario 127 in dynamischer Simulationskuppel 314. Okay. Was müssen sie denn jetzt hier machen? Stelle Testsubjekte bereit. Okay, der gehört zu mir, anscheinend. Sieben geladen. Kommen Sie euch. Fangen wir an. Specters gehen in Position. Ganz ruhig! Specters! 8,5 Uhr! Feuer frei! Pilot, Ihr Puls beschleunigt sich. Haben Sie ein Problem? Nö. Szenario 13. 2,5 Uhr! Aus welchem du siehst. Dann kommt er. Wenn das mit dem ich habe gesehen wie sie auf dem fließband verladen wurden erweitere szenario um weiteren reaper Der weitere Szenario um weiteren Reaper. Boah! Ich renne mal ein bisschen. Was ist das Ding? Kappa 1, eliminieren Sie den Milit-Piloten. Angriff 6. Ich öffne jetzt die Tür! Bereit halten, für Flurgriff! Ich habe keine Munition mehr. Pilot-Gruppe, sind Sie wohl auf? Ja. Hey, alles von dir, Dimo. Habt ihr Sichtkontakt mit irgendwer? Seid-Line-Negativ. Stand-by! Cooper, in der äußeren Wand ist eine Öffnung. Sie sollten da raus. Ich markiere die Öffnung auf Ihrem Hut. Alles klar. Boah, natürlich ganz da hinten. Boah, natürlich ganz da hinten. Begegnet! Ich hatte es gesehen. Der allesziele nur mit den Griff, der in den Schloss leid. Mir bleibt keine Ahnung, als selbst anzuwerfen. Man selbst in der Fehleinschicht zu kleinerseits. Seid, mein Junge. Was ist das? Ich glaube, ich mache mal ein YouTube-Zeichen, weil ich nehme ja hier auch noch nebenbei Let's Plays auf. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Viel Spaß noch. Ciao, ciao. Euer Andi.